Emma und ihre Freunde, Kapitel 6, von Bienen und das Gold des Waldes. Es war ein sehr früher Morgen, zu früh. Emma und Fussel lagen noch in den tiefsten Träumen, als es aufgeregt an ihrem kleinen Fenster flatterte. Das kleine Eichhörnchen war noch ganz erschöpft und drehte sich etwas unwirsch in ihrem kleinen Moosbettchen um. Fussel, die gerade tiefenentspannt auf deren Bauch gelegen hatte, wurde dabei unsanft aus den Federn geschmissen. Das war kein besonders gutes Start für einen Morgenmuffel. Sie wollte gerade losschimpfen, als sie im Fenster einen Nachtfalter sah, der ganz aufgeregt versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. Die verschlafene kleine Hausspinne schlurfte zum Fenster hinüber und der Falter wurde vor Schreck ganz bleich. Fussel hielt inne und sagte beruhigend, Keine Sorge, ich bin auf Diät, nur Pflanzenproteine dieses Frühjahr, mal sehen, ob es hilft. Emma, die von dem ganzen Brummen wach wurde, sah sich verdartet um. Was war denn so früh los hier? Und dann erkannte sie am Fenster den Nachtfalter vom Wood World Web, dem internationalen Mycel-Netzwerk und sprang freudig auf, den alten Postboten zu begrüßen. Der war reichlich aufgeregt und außer Atem und stammelte im Takt seiner Atmung. Nachricht von Herrn Storsch von Langbein. Er steckt gerade in Ägypten fest, aber er hat die Fanelle schoten und Ja, brüllte Emma vor Freude los, dass es nur so im Baum schepperte. Es hat geklappt, es hat geklappt, es hat geklappt und sie rannte wie angestochen im Kreis herum. Der Nachtfalter und Fussel sahen auf das offensichtlich verrückt gewordene Eichhörnchen, das einige Zeit brauchte, um sich zu beruhigen. Dann las sie sitzsam das Telegramm. Hierher Max Storsch von Langbein. Stopp. Nachricht erhalten. Stopp. Bitte ausgeführt und Vanille besorgt. Stopp. Warten auf die Aufwinde Afrikas. Stopp. Bin in zwei Wochen zurück. Stopp. Nestbau kann beginnen. Stopp. Damit war die wichtigste Hürde auf dem Weg zur leckersten Erdbeerturte, die der Wald je gesehen hatte, geschafft. Sie freute sich wie ein Kind und ihre Freunde und ihre Familie mit ihr. Noch am selben Tag besuchte sie wie versprochen das Storchennest, in welchen Frau von Langbein schon wartete. Und diese war sehr froh, dass Emma ihr diese freudige Nachricht überbrachte, denn sie hatte sich schon langsam Sorgen gemacht, wo denn ihr Mann so lange bleibt. Auch freute sie sich sehr über die Hilfe der beiden Eichhörnchen beim Nestbau und Reinigen und gemeinsam hatten sie in wenigen Tagen alles renoviert und für die Ankunft des Storches vorbereitet. Als die beiden Eichhörnchen müde von der vielen Arbeit nach Hause kamen, erlebten sie eine freudige Überraschung. Emmas Mutter war zu Besuch und hatte die ganz kleinen Geschwister aus dem Frühlingswurf von ihr mit dabei. Sie hatte die letzten Wochen das Nest deshalb kaum verlassen können. Die süßen Fellnasen konnten kaum laufen und ständig bettelten sie bei ihrer Mutter um Milch und darum getragen zu werden. Lilly war eine echte Schönheit, auch wenn sie gerade sehr müde und erschöpft aussah. Fussel hatte sich als perfekte kleine Gastgeberin erwiesen und schon reichlich Nussecken serviert. Dankbar nahm Lilly die Leckereien an und Mutter, Omi und Tochter freuten sich riesig einander endlich wiederzusehen, umarmten sich und hatten so viel zu erzählen, was in der letzten Zeit alles passiert ist. Nach einem wunderschönen Nachmittag in Familie und Nussecken bis die Bäuchlein kniffen, verabschiedeten sich die Lieben voneinander und Lilly brachte die kleinen Geschwister nach Hause und ins Bettchen. Emma und Fussel gingen auf früh schlafen, denn am anderen Morgen wartete eine ganz besondere Aufgabe auf sie, für welche sie aber Opa Bertram vorher lieber noch einmal um Rat fragen wollten. Nach einer wieder viel zu kurzen Sommernacht besuchten sie tags darauf ihren Opa Bertram, der sich riesig über ihren Besuch freute. Er war natürlich nicht die richtige Opi, aber weil er so alt und weise war, fragten ihn einfach alle Waldbewohner um Rat und jeder wusste, wer mit Opa Bertram gemeint war. Sie waren nicht die einzigen Besucher. Drei kleine Mäusekinder waren gerade da und bekamen erklärt, dass es zwar viel anstrengender war, Gänge in Lehm zu graben, dass diese aber dafür sehr viel solider waren und länger hielten, als die sprichwörtlich in Sand gebauten. Auch die Eichhörnchen hörten gespannt zu, schließlich lernt man nie aus. Und nach dem Unterricht in Erdkunde verabschiedeten sich die kleinen Mäusekinder artig und freuten sich, zwischen den dichten Gräsern nun spielen zu dürfen. Opa Bertram servierte den beiden Eichhörnchen stolz selbstangebaute zarte Möhrchen, die er einfach von der Decke pflückte und in einem Grastuch sauber rieb. Während Emma und Omi Irmchen genüsslich an den süßen, zarten Möhrchen schnurpsen, erzählten sie, dass sie gerne bei den Bienen Honig tauschen wollten. Opa Bertram hörte aufmerksam zu und strich sich über die grauen Barthaare. Bei den Bienen müsst ihr sehr vorsichtig sein. Jeder möchte gern deren Honig und sie sind natürlich nicht besonders darüber erfreut und ausgesprochen wehrhaft. An eurer Stelle würde ich nicht direkt zum Nest gehen, sondern lieber etwas abseits erst einmal bei einer Arbeiterin vorsichtig anfragen. Sonst könnten sie glauben, ihr seid Diebe und dann würde es euch schlechter gehen. Emma zog den Kopf etwas ein und zum ersten Mal nach all der vielen Arbeit und Plackerei fragte sie sich, ob ein einziges Stück Erdbeertorte diesen ganzen Aufwand und so viel Gefahren überhaupt wert ist. Als könne Omi Irmchen ihre Gedanken lesen, sagte sie, Du musst das alles nicht tun, wenn du nicht möchtest. Doch schau, was du in der kurzen Zeit alles schon gelernt und gemeistert hast. Diese Erfahrung kann dir keiner mehr nehmen. Und je mehr du über dich und deine Umgebung weißt, umso besser wirst du dich egal wo zurechtfinden. So wie wir älteren Waldbewohner. Das sind die Lektionen des Lebens. Früher oder später wirst du ihnen sowieso begegnen. Emma dachte kurz nach. Würde sie auch irgendwann alt sein? Bestimmt. Und sie musste selber lachen. Naja, das mit dem Weiser hat ja noch etwas Zeit. Und sie bekam klünte Irrschen. Opa Bertram lächelte und fuhr fort. Ich glaube, es ist am besten, wenn ihr den Bienen auf der Blumenwiese begegnet, wo es viele Blüten gibt. Dann könnt ihr sie während der Arbeit befragen, während sie Nektar und Pollen sammeln. Denn sie mögen es nicht, wenn man sie aufhält. Gesagt, getan. Emma und Omi Irmchen machten sich auf den Weg zur nahegelegenen Sommerwiese. Es war kurz vor Mittag. Die Sonne stand hoch oben am blauen Himmel. Und alles auf der Wiese brummt und summt. Und wie farbenfroh ihr alles war. Gelbe Butterblumen, weiße Margeritten, roter Klatschmohn, blaue Glockenblumen und ein Gewimmel an Insekten und Schmetterlingen. Die beiden Hörnchen gingen an eine besonders dichte Blumenstelle und sahen neugierig den Bienen beim Ernten zu. Als ich eine besonders nah an Emma heranwagte und geschäftig einen Löwenzahn absammelte, fasste sich das kleine Eichirnchen ein Herz und fragte vorsichtig. Guten Tag, fleißiges Bienchen. Ich heiße Emma und ich möchte gerne eine Frage stellen. Hm, brummt diese. Und dies aber keine Sekunde sich stören. Emma versuchte es erneut. Ich würde sehr gerne etwas Honig tauschen wollen, platzte sie mit der Tür ins Haus. Die Biene ging sofort in Alarmbereitschaft und gab ein zorniges Summen ab. So schnell konnte Emma gar nicht gucken, wie sie von zwölf krimmischen Bienen umgeben waren, die alle finstert reinschauten und ihren Starrl zückten. Omi Irmchen begann ganz ruhig zu sprechen, ohne sich zu bewegen und mahnte Emma mit Blicken, es ihr auch ja gleich zu tun. Diese erstarrte zur Salzsäure und bewegte sich vorstürzhalber erst mal gar nicht mehr. Ich bitte um Entschuldigung, liebe Bienen. Wir sind weder Räuber noch Diebe. Und wenn wir euer Volk, das Bienen, beleidigt haben, dann möchten wir uns aufrechtlich dafür entschuldigen. Noch immer bewegte sie sich nicht, um zu signalisieren, dass von ihnen keine Gefahr ausging. Die Bienen waren wenig überzeugt. Verschwindet und haltet uns nicht von der Arbeit ab. Ein Sommer ist kurz und das Leben einer Biene ist noch kürzer. Wir brauchen den Honig selber für den Winter, um nicht zu verhungern und auch um gesund zu bleiben. Kommt ja nicht auch nur in die Nähe unseres Nestes. Sanft sprach die Omi weiter. Wir bereichern uns nicht an anderen. Wir arbeiten und sammeln selber. Und wir sind hier, um unsere ehrliche Arbeit zum Tausch anzubieten. Nichts für ungut, aber wir brauchen euch nicht. Unsere Gemeinschaft schafft das alles selber. Und sie drehten sich um und begannen fortzufliegen. Bitte wartet! Emma saß noch immer da, wie angewurzelt. Nur ihre Augen sahen den Bienen hinterher. Ich habe doch bald Geburtstag und möchte so gerne eine Erdbeertorte backen. Für mich, meine Familie und meine Freunde des Waldes. Seit Wochen arbeiten wir so hart daran und haben bisher immer etwas gefunden, was zum gegenseitigen Nutzen getauscht werden könnte. Gibt es denn gar nichts, was wir für euch tun können? Eine zurückgekehrte Biene war hin und her gerissen. Sie wollte nicht die sein, die ein Feind zum Nest führte. Andererseits war sie beeindruckt, wie fleißig und ehrlich die Eichernschen waren. Und das kannte sie auch von ihrem Stamm. Wie viel braucht ihr denn? Ein Becherchen voll, sagte Emma, und Hoffnung stieg in ihr auf. Ein Becher, donnert die Biene. Bist du wahnsinnig? Hast du eine Ahnung, wie lange ich dafür sammeln müsste? Eine sprichwörtlich fleißige Biene schafft in ihrem ganzen Leben gerade mal einen Teelöffel voll zu sammeln. Einen Teelöffel voll! Sie verschluckte sich fast an ihrer eigenen Spucke. Das fand sie wohl sehr gierig. Das war zu viel. Und sie wandte sich ab. Emma begann zu weinen, Getreide sammeln, Mehl malen, vom Falken fast gefressen werden, Geräte bauen, Nester reparieren, Holz zurecht nagen, laufen, rennen, sammeln, verhandeln, bis runter nach Afrika telegrafieren und sogar Vanille besogen. Und jetzt ist alles umsonst. Da saß sie und weinte bitterlich. Und auch Omis Umarmung konnte sie nicht trösten. Nester reparieren, Holznagen, Kannst du vielleicht auch Baumhöhlen erweitern? Fragt die Biene vorsichtig, der Emma auf einmal leid tat und sich fragt, ob sie nicht vielleicht ein wenig zu hart mit ihr gewesen war. Ja, das kann ich, sagt Emma dumpf. Ich bin ein Eichirnchen. Ich wohne in Baumhöhlen, nage Zweige und sammle Nüsse. O, mir Irmchen, hielt sie weiter am Arm. Dann kannst du uns vielleicht doch helfen, lenkt die Biene ein. Ach, kann ich das? Emma musste sich sehr bemühen, nicht trotzig zu reagieren. Also sagte sie besser gar nichts. Naja, wir wilden Bienen leben in Baumhöhlen. Und jetzt ist Frühling. Bald beginnt der Hochzeitsflug der Königin. Und da schwärmt mein Volk aus, um sich zu teilen und neue Völker zu gründen. Da wäre es sehr dienlich, eine fertige Baumhöhle zu beziehen. Im Prinzip können wir das ja auch selber. Nur dauert es bei uns unendlich viel länger als bei euch. Emma sagte noch immer nichts. Sie war verletzt und innerlich bockig. Sollte die Biene sich doch am Holz ihren Stachel verbiegen. So kurz vorm Ziel und doch so fern. O, mir Irmchen machte freudig die Arme auf, gab Emma dabei frei und sagte, Ja, das ist ja großartig. Dann haben wir doch alle, was wir brauchen. Und jeder bekommt Hilfe vom anderen. Und wie heißt es immer so schön, viele Hände sind der Arbeit schnelles Ende. Und sie lachte dabei und winkte die Biene heran. Also gut, wir erweitern euch eine Baumhöhle für eure neue Königin. Und wir bekommen dafür ein Becherchen voll Honig. Abgemacht. Alle drei gaben sich darauf einen Handschlag. So war auch dieses Problem gelöst. Sie verabschiedeten sich für den nächsten Tag zur selben Zeit, um zu schauen, ob das Bienenvolk auch zustimmt und wenn ja, welcher Baum für die Hochzeit vorbereitet werden sollte. Emma entspannte sich langsam und O, mir Irmchen wuschelte ihr durch den Kopf. Du hast dich prächtig geschlagen. Nach vielen Tagen Arbeit, schmerzenden Zähnen und Krallen hatte Emma die gewünschte Baumhöhle ausgebaut und fertiggestellt. Die neue Königin in ihr Hofstaat waren mächtig angetan, wie ordentlich Emma gearbeitet hatte, und gaben dieser zum Dank einen Becher voll reinsten und feinsten Honigs, des kostbaren Goldes des Waldes. Und ihre Freundschaft und Verbundenheit noch dazu. Ehre dem Ehr gebührt. Dieses Bündnis durfte gefeiert werden und nicht jeder konnte behaupten, ein Freund der Bienen zu sein. Glücklich und voller Stolz brachte Emma den Honig nach Hause und konnte es kaum fassen. Sie hatte sich ein Stück vom Honigtopf verdient und selig und müde gingen sie ins kuschelige Moosbettchen und träumten zufrieden von der leckersten Erdbeertotte, die der Wald je gesehen hatte. Doch nun auf auf ins siebte und nächste Kapitel von Hühnern und dem goldenen Ei der Erkenntnis. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.